Servus und herzlich willkommen zum vierten Teil meines Modern Warfare Gameplays hier in der Story und zwar sind wir immer noch in Osikistan. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ist auf jeden Fall richtig viel passiert in der Zwischenzeit und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für weitere Videos und ja, haut rein, habt nur einen schönen Tag und Peace. Wir sehen nur Gewalt, also kriegen sie Gewalt. Valkov hat Luftstreitkräfte, also wir auch. Bernlenkflieger, ein Stück mit C4. Der Fall Ola, Mr. Aiden. Bartel de Baird, Danny Bademann-Foot. Bereit? Ja, Commander, Abflug. Alex, lass sie genau in die Helis krachen. Wir sollen das trotzdem abonnieren lassen. Beim Brennen! Bleib uns. Luftstützpunkt ist gleich voraus. Rollbahn in Licht. Luftstückpunkt ist gleich voraus. Rollbahn in Licht. Die Dach sind in den Streifen. Gut, als direkt auf den Fliegel kommt, wir sind hier. Gut geflogen, Brüder. Gehen wir runter. Ihr Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz Deco. Deco 3-1-Amportier. Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Brauchen Luftunterstützung. Bestätigt 3-1. Schicke nicht gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Verstanden. Wir greifen ihre Waffenkammern an und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karin. Wir kämpfen, um Ursachstan zu befreien und... Alex, Vorsicht, zurück! Die Kanone auf Feuer! Selbstmord, Alex, kommt zurück! Auf den Feuer! Feuer! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Los, keine Brotts, wir sind hier! Die Flieger sind in der Luft, Elis. Elis, die Flieger sind bereit. Die Flieger sind in der Luft, Elis. Elis, 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 Elis! Elis, mehr Flieger sind bereit. Elis, 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 Elis! Elis, bloodぁ, cochlef! Elis, schütze. Sie kriegen Perseptus! Fliege sie, sie sind in der Luft, Ende. Ende, fliege sie, sie sind in der Luft. Alex, mehr Flieger sind bereit. Letzter Flieger ist raus. Bereiten jetzt mehr vor. Waffenkammer gesichert. Rotes Gebäude. Reiter! Ich drehe, an die U-Jun-Jun. Alex, mehr Flieger sind bereit. Flieger sind in der Luft, Alex. Auslager sind zämen. Waffen! 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 Erste Waffenkammer gesichert. Sehr gut. Draußen sammeln. Die Rollbahn liegt hinter dem Tor. Alle zum Tor. Es lässt sich nicht öffnen. Verdammt. Wir müssen da durch. Das ist der Weg zur Rollbahn. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde es rammen. Los, Alex. 3-1 an Water. Wir hüten zur Rollbahn vor. Wo bleibt die Luftanterschlöße? Echo 3-1. Auf den Weg. Maria, die Gruppe. Na, los! Na, los! Na, los! Na, los! Meine Gruppe, schwebt-gübt! Hände abgeschossen. Hinter dir, sieh meinen Molotov! Hände abgeschossen. Hände abgeschossen. Hände abgeschossen. Hände abgeschossen. Hände abgeschossen. Ich sehe sie. Bruder, wir brauchen mehr Flugzeuge in der Luft. Okay. Hände abgeschossen. Böken abgeschossen. Böken abgeschossen. Böken abgeschossen. Hände abgeschossen. Das war's. 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 Das war's.